An-Mod Achso! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von TTT mit Tab drücken Hat jetzt jemand Shiri in der An-Mod getötet? Ihr scheiß Traitor! Gefällt mir Also René war es nicht der Schöpflein Jetzt ernst Hey da ist sie doch! Ernsthaft? Ich hab das an-Moderation gemacht Ich dachte du sagst so mit Und dann sagst du nichts mehr so okay Komm jetzt doch nach Nein! Ihr solltet denn eure Namen sagen Ja dann Ja gut! Moller Game time Ja ich? Ja ich Ja Ja ich halt Ich halt extra schnell die ganze Zeit Tab gedrückt Damit man die Namen lassen kann Ja gut So Hi Tim Weißt du was lustig ist? Das muss ich eigentlich Moller zeigen Die schießen? Die Tür geht nach innen auf Hier vom Kühlschrank Ja nice Das macht mein Kühlschrank auch immer Jaja bei der war es auch so Jörg schieß auf mich Oh shit Ich bin in einem Raum der gefällt mir ganz tolle D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Oh ja Mille Ich hab jemanden getötet aber ich bin nicht Traitor Oh ihr wird geschossen Das wurde auch von jemanden getötet aber An die Leiche und E drücken Hä was war das? Das will ich nochmal machen Was war das? Ich will das nochmal machen Ich hab einen Traitor getötet Hab ich gut gemacht oder? Ja wunderbar Proven okay Dann können wir noch zu dritt sein Also ich bin Inno wollte ich nochmal sagen Tim oder? Also Moller hat mich nicht abgeschossen als ich grad mit ihm allein in der Küche war Ich hab gegen die Küche geschossen Ich bin ja Dete Ich hab die ganze Zeit gerechnet Wen kann ich jetzt ausschließen Dachte mir so den Dete? Schiri? Warum bleiben noch drei übrig? Ich bin ja Dete Ich kann was kaufen Ist ein Tee jetzt schon tot? Ja Jan ist tot, wo ist denn der Eiche? Der Arsch enge Und wenn du auf Tab drückst siehst du das auch Ah ja stimmt Ich find mich hier echt nicht zurück in dem Scheißteil Ich mag das dann, der bleibt dich Unübersichtlich Wenn du da jemanden findest ist es so eng und dann bist du direkt tot Kann man sich hier auch irgendwo heilen oder so? Ist das eine ganz blöde Frage Wo ist der denn gestorben? Ja guck mal mein Lieblingsraum Wenn du noch Punkte hatte kann ich eventuell eine Hellstation Hier da Wo bist du? Wollt dir mein Lieblingsraum zeigen? Den Bunga Bunga Raum Ohhhh Victorian Secrets Victorian Secrets Das ist super Ja Hi Bin ich Ich mag nicht Du magst nicht Du magst nicht Aber du bist hier ein passender Raum dafür Ja ich weiß aber ich bin noch nicht bereit dafür Ich bin noch nicht bereit dafür Ich würde sagen Moller ist Tee Ich kauf mehr Ich geb 30% Warum nicht? Ich hab einen Schuss abgegeben Wer schießt da? Das war nur ne Übermutung Ähh Ähh Jawoll Das ist nicht der Einzige Weil er so mega versagt hat Ja Wer weiß Tee gegen Du hast mich verdächtigt Wollt den Bug ausnutzen Wollt den Bug ausnutzen Und dann war Moller da Und dann Als ich Moment wäre Andere René war's glaube ich Genau als René da war Dann war Warst du dann auch irgendwie da Ich krieg diesen Orbum nicht mehr raus So schrecklich dieses Lied Biep, biep, i'm a sheep 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 Ich hab noch kei Diese Runde noch keinen gese- Echt da hab ich die erste Person Hallo Shiri Ich hab Angst Ich hab aah Hi Oh Gott, Alter, ich hätte fast geschossen. Die Tür in die Hand zu gehen. Nein, nein, nein. Ich will die Tür schließen. Hallo? Ja, nein, ich will. Ich brauche aber Privatsphäre. Die andere geht auf. Aber geht jetzt wieder? Also, Josch, es ist sehr unhöflich, bei einer Dame einfach ins Zimmer einzubringen. Ich stehe draußen. Ich wollte die Tür nur zumachen. Ja, gut, aber ich bin Detektiv. Ich darf das, ne? Ja, komm mal rein. Ich bin Detektiv, ich darf kuscheln. Ja, ja, ist okay. Setz dich mal hin hier. Wir müssen mal reden hier, so ein bisschen, ne? Dann verfolg mich. Ja, am Arsch verfolge ich dich. Doch. Ja, also genau, am Arsch klickst du mir die ganze Zeit. Das ist vollkommen recht. Oh nein, oh Gott, oh Gott. Das war knapp. Das sind jetzt zwei Etagen, ich vergesse das immer. Eigentlich wollte ich eine Etage nur runter. Da ist ein Swimmingpool. Geilo. Der ist toll. Geilo. Alter, muss ich, wie kommt man da runter? Hey. Ist überall genug Toilettenpapier, das, wow. Der eine, der Swimmingpool drin ist übrigens ein Tee, äh, Pool. Der hier draußen ist brav. Also, darf ich, sollte ich da nicht reingehen. Also in den hier darfst du? Es sei denn, du stehst auf Stromgeschocks. Okay. Das stimmt jetzt sehr vertrauenswürdig, wenn du ein Tee bist. Warte, mach ein Magnetus. Wenn ich da selber drin stehe, hier. Ja, ja. Das stimmt. Ha, ha, ha. Wenn ich garantiert, wenn ich Tee wäre, dass die anmachen. Ja klar. Tee hat den, äh, Shopey Room geöffnet. Weißt du mehr? Shopey Room? Ja, die Waffen kann man, wozu, aber. Wenn auch gute Waffen auch. So, erstmal kurz was für Thumbnail machen. Victorian Secret hier mal. Wer schießt denn da? Josh ist Tee. Ah ja, Proven. Ich sehe einfach... Ich laufe auch schon die ganze Zeit rum, aber ich sehe auch keinen. Wie viel leben denn eigentlich noch? Leben noch alle, oder? Ich weiß es nicht. Also ich bin noch da. Ich glaube, ich lebe. Ich habe ein Leiche gefunden. Ja, okay. Da wird sich die Frage dann wohl geklärt. Voller war aber Traitor. Sechzen. Was? Okay. Und niemand hat sich gemeldet, dass er ihn erschossen hat. Das wollte ich gerade sagen. Jemand hat einen Traitor gemacht, aber hat nicht gesagt, dass sich jemand umgebracht hat. Das heißt, Tee hat einen anderen Tee umgebracht. Kann sich mal jemand brüsten damit? Ich war's. Ich war's. Ich war's. Also habe ich ihn doch getötet, als ich ihn angeschossen habe. Hi René. Hi. Gibt es da irgendwie die Möglichkeit, sich selbst zu töten, da wo er war? Ich habe mich ja schon... Ich habe mich ja schon... Ja, ist okay. Ist alles in Ordnung. Ja, Moller lebt wieder. Hey! Wer... Wer von euch war nebeneinander? Wer... Wer... Wer von euch beieinander? Das war ja nicht mein Tag. Das war... Jan? René? Schiri? Wer von euch war beieinander? Ich bin sowieso DTF. Wer von euch war beieinander? Nein. Ja, ist okay. Jan? Okay. Ich war... Ich kann proofen, dass ich... Ich kann proofen, ich habe einen Beweis, dass ich am Pool war. Ich habe ihn nicht wiederbelebt. Ich war mega Outrange davon. Ich habe das Geld rausgefunden, wer das als Einziger noch sein kann. Äh... Ich glaube, ich putze das. Moller! Ach, ach was? Moller ist es? Wo, 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 wo? Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Jan, kannst du confirm? Ja, ist toll. Ich habe noch sieben. Ich und Josh sind... Ja, es kann sein, dass ich dir einen mitgegeben habe, als ich... Ach, es war ne Fake-Light. Tim, 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 Proven, Tim, Proven. Ja. Aber ich hätte sie vielleicht woanders platzieren sollen. Bitte, Tim. Ja. Nein. Okay. Der ist aber eh noch Sinn, was? Hä? Du hast auf Jan geschossen. Jan und ich waren Proven, weil wir Moller gemacht haben. Er hat mich aber angeschossen. Was bist du? Er hat mich angeschossen, dann habe ich ihn erschossen. Ist okay. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Aber Jan. Tim, ist es oder was? Ja, Tim, ist es. Ja, ich habe Moller gemacht. Ich bin es nicht. Hallo? Also, ich nehme an, Jan hat sich einfach erschreckt, als er mich gesehen hat. Ja, das kann sein. Verständlich. Von meiner Visage. Hoch. Oh! 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 Wie knapp! Oh! Oh! Ja, du hattest übrigens recht, René. Ich habe mich erschrocken, als sie dich in der Tür stehen sehen. Damit war ich zweimal hintereinander Tee. Das gibt's doch nicht. Oh! Oh! Ich dachte einfach nur, da steht jemand mit der Diegel, weißt du, das ist so, das passiert eigentlich als erstes mit Tim. Ich habe jetzt sofort Panik gehabt und habe erst angefangen zu schießen. Oh, schade, meine Second Chance hat sich nicht aktiviert, Mann. Aber habt ihr mitbekommen, dass Shiri gestorben ist? Nö. Gar nicht. Nö. Also, ich habe sie nachher gesehen, als ich halt tot war. Vor allem, ich, ich Idiot, habe sie auch noch gleich confirmed und ich habe auch die Fakeleiche von Moller confirmed und mir ist nicht aufgefallen, dass eine Fakeleiche ist. Vor allem, wie ich mit meiner dann am Ende so rumgeschmissen habe. Hä? Hä? Warum habe ich keine vernünftige Waffe? Ich habe auch nur eine Pistole. Ich habe alle eine M-Pistole. Ah, M-Pistole. B-B-Bistole. B-B-Bistole. Oh, Sauber! Hauptsache, überall liegt Munition, aber nirgendswo eine Waffe! Ich muss jetzt schon mit einer M-M-10, mit einer M-M-10 muss ich jetzt hier rumrennen. Ich habe nichts als Primärwaffe. Boah, ne AUG, ja geil. Ich hab die, ähm... Ich hab die MAC-10. Ist da was drin? Ich brauch ne Waffe. Jan, geh weg von mir! Ja, ja, ja! Vielleicht? Nein. Du bist Duel-Beretzer, sonst bringt dir ne Duel. Du bist Duel-Beretzer. Oh ja, eine Shotgun! MAC-10 kann ich dir jetzt auch anbieten. Oder möchtest du tauschen MAC-10? Oh, ich nehm die Änderung. Habe ich dir extra hingelegt. Sie sind grad vorbei geflogen. Ein Vogel. Taube! Taube! Ich geb's zu, ich bin Tee. Schon wieder. Das erinnert mich an eine Runde. Wo mein Strippy Knight wurde. Dumpel? Achso, ja, ja. Ich erinnere mich. Drei Runde. Achso, das ist Azeige, Dela. Okay, ich dachte schon. Bleib weg, bleib weg. Ich hab Angst. Solltest du auch haben. Im Zweifelsfall einfach töten. Oh, ich muss nach der Runde Schiri ein bisschen lauter machen. Oh, René! Ich schau mich immer noch nach besseren Waffen um. Jan und Josch. Jan und Josch sind, glaube ich, beide Tee. Stimmt. Und Schiri auch. Wir sind drei Tees bei zwei. Okay. Du hast meine Frage, ich mach mal wieder rein. Komm, ich mach die Tür zu. Ich hätte fünfmal gefragt, warum du angeschlagen bist. Aber, ich will das nicht. Hey. Hey. Da hat jemand... Darf ich mal erschießen, weil er mir nicht antwortet? Hä? Warum bist du angeschlagen? Achso, ich hab dich gerade gehört. Du hast den sechsten Mal etwa. Ja, weil ich hier rausgesprungen bin. Man sieht sogar noch mein Blut. Ja, das ist gut. Man sieht sogar noch mein Blut. Ich hab irgendwie die ganze Zeit, der von hinten auf mich schießt. Joschi? Josch. Ich glaube, Joschi ist tot. Ich glaube auch. Hat jemand die Schüsse gehört? Ja, ich hab sie gehört. Also wenn ich raten dürfte, wären sie irgendwo aufm Sch... Äh, Alaska! Alaska ist wahrscheinlich Tee. Er hat mich nicht getötet. Er hätte mich so leicht die ganze Zeit töten können. Juri? Ja. Alles okay bei dir? Das ist doch ein Argument mehr dafür, dass ich es nicht war. Ich will dich getötet werden. Nee, eigentlich nicht. Jaja, der Traitor mag nie getötet werden. Das ist mir bekannt. Ich bin kein Traitor. Wer ist der? Oh, da ist er ja. Aber ich weiß nicht, wem ich trauen soll. Mir. Ja, vertraue dem Mann mit der Verruhung. Mir. Juri, warum läufst du mir hinterher? Soll ich dich töten? Ich will nicht getötet werden und ich weiß, dass du Detektiv bist. Dann läufst du dem hinterher mit der vertrauenswürdigen Stimme. Da ist es richtig. Komm in den Keller. Ich verstecke mich jetzt einfach, okay? Und dann warte ich. Ja, das ist super. Ich dusche mich jetzt. Das würde ich auch dem Tee empfehlen. Ich würde ihn einfach verstecken und warten und... Josch, du lebst nicht mehr, ne? Oh! Oh! Oh Gott! Ich dachte... Nein, nein! Warte! Oh Gott! Ich dachte, du wärst ein Tee, weil du mich... Weil du mich super hart hättest, da drin hättest lehnen können! Ey! Ich hätte Schiri töten sollen! Der arme René wird hier gebaitet immer wieder, kriegt Minuspunkte ohne Ende, weil immer irgendwen... Immer irgendwen anschießt, ey! Es tut mir schon fast leid! Also... also... Moller, das geht fein nicht, dass du dich da drin versteckst und dann den... ...den Dähnen einfach anschießt, ne? Also... Ich dachte, du wärst ein Tee, weil ich hab erst nur den Namen... Mann! Ich gritsch da fest und krieg keine Waffe, ey! Was, hab ich Minuspunkte bekommen, oder was? Ey, ich hab ne coole Waffe! Ja, weil du halt n... äh... Weil du halt n... Ich hab doch nur Jan angeschossen! Ah! Wer war denn grad Dähte? Bin ich jetzt so verwirrt? Ich! Ach, Tim hat Minuspunkte bekommen! Er hat mich ja... Ja, das macht's ja noch schlimmer, dass ich deswegen angeschossen wurde! Das ist halt schon eine McTen, ey! Das hab ich auch schon auf den Sack! Ja, ich wünsch dafür wenigstens überhaupt was hin! Aber... aber Tim! Trotz der Tatsache, dass du Dähte warst, good job! Du hast mir geholfen, die Inno-Senten zu töten! Immer wieder gern! Immer wieder gern! Immer wieder gern! Und Sheree auch gut! Weißt du, da duscht man einmal für sich und dann wird man erschossen! Oh Gott! Moller! Das ist ja schon wieder Dähte! Tja, also ich bin immer, äh, zweimal hintereinander dasselbe! Ja, allerdings hat das auch Vorteile! Da muss man nicht direkt auf jeden Typen in der Däge schießen! Nein! Wehe! Ich glaub, ich fand die tatsächlich besser! Na! Jan? Ja! Ey! Nein, René! Nicht Jan! Ja! Bist du Traitor? Bist du Traitor? Nein! Ja? Nein! Einfach schießen! Einfach schießen! Ich frage! Josch! Bring's mal um! Hallo! Nein! Timo! Ja! Josch! 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 Blockiert mich! Josch blockiert mich! Ja! Okay! Ah! Ich dachte, er soll mich umbringen! Josch will, dass ich Minuspunkte bekommen glaube! Hey! Tim! Josch! Hau ab, ja! Ich sag's dir! Wo seid ihr? Wir willst die ganze Zeit an Josch! Also... Der Däge hat gesagt, du sollst mich umbringen! 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 Jan? Jan? Ja, du bist ja mit der Schra... Ich bin die ganze Zeit am Arsch, bis du mich umbringst! Ich hab Angst vor Josch! Ja, irgendwas! Die Chance ist halt sehr hoch, dass er... Tete ist, ne? Also... Ich hab Angst, ich hab irgendwas piepen gehört! Tim? Piep, piep, piep! Ja? Was macht Piep und macht auf Knopfdruck Boom? Ich! Ich! Das ist der einzige, Josch ist es! Ja, da ist er! Aua! Nein 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 nein! Das kann ich sein! Das kann ich sein! Der lebt wieder! Das kann ich sein! Tim hat Second Shed geprockt! Der hat jedenfalls sehr viel Schwaden bekommen! Oh Gott! Oh nein! Sorry, 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 sorry! Wo ist er? Josch, Josch, Josch ist doch nicht! Ja, wo ist er denn? Oh nein, der steht denn! Außen ist der! Weil er einfach auf dich losgeschossen hat. Tja, das hast du jetzt davon. Aber, warte mal. Also, Josh ist tot? Nein, mein Karma! Okay, das ist die Frage. Also, ich vermute, der nächste andere. Was? Weil er bei Josh war. Aber er nicht geschossen hat. Ne, Josh lebt schon wieder. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Aber der wird mir ja wohl kaum 70 HP Schaden gemacht haben, wenn ich der Traitor bin. Piep, piep. Ah, beschieb. Ich beobachte euch. Kann ich hier irgendwas fressen? Bei dem auch füllen? Ne, warte. Ne, wie ging das noch gleich? Explodiert? Ich habe auch was gehört. Das ist Josh! Ey! Das ist Josh! Ey! Ey! Nein! Nein! Schiri! Schiri! Hä? Nein! Er lebt wieder! Er lebt wieder! Nein! Nein! Ja! Er ist schon wieder getötet. Oh Gott! Er ist jetzt auch jemand am Leben. Oh. Nein! Nein! Außer einer anderen Person! Oh Gott! Ah! Tschakarnock macht dich wieder voll im Tee-Shop! Nein! Ich weiß doch nicht, was ich mir da kaufen müsste. Fübe ich doch nicht aus. Deswegen sage ich kein Tschakarnock! Piri! Push! Push! Ah! Ah! Alter! Habe ich da nicht... Pushen! Pushen! Das... Okay. Ihr müsst euch töten! Was?! Das kam doch durch! Das kam doch durch! Wow! GG! Zwei HP! Easy! Josh, ich hasse dich! GG, Schiri! Du hast, ähm... Du hast die meisten Punkte geholt in der Runde! Und, äh... Dir gehört die Abmord! Äh, äh... Ja, ähm... Ich hoffe, es hat euch gefallen! Und, ähm... Ja! Bis zum nächsten Mal, Leute! Ciao, ciao! Tschüss! Ciao! Bye! Ciao! Boop! Hahaha! Hahaha! Hahaha!